Ich schau gar nicht auf die meine Rang. Ich tu... Aber es nervt mich, dass das Geld immer weg ist. Ja genau. Und die Jobpunkte, aber die brauchst du später für die Raufüberfälle auf die Fresse. Mach mal Ready. Habt ihr Wetten abgeschlossen? Ja, ne. Pussys. Anker kann ich wieder abschließen. Mach 500. Weil ich kein Bargeld bei mir habe, deswegen. Wenn du auf Brennerleine starten, machst du eine Million Wette, dann kriegst du das mal zwei. Also los Jungs, jetzt wieder destroy die Hunde. Nö. Fast ein Kovac, Alter. Ja, ich bin gecrashed. Ey, was für ein Bullshit. Ja, du nicht. Nö. Warum? Ich hab eh aufholen drin, glaube ich. Ist auch besser. Oh mein Gott. Boah. Null. Das Auto hat mich voll weggehauen, der Wichser. Null. Wer ist denn hinter mir? Ja, ich. Boah, aber ganz schön weit, Alter. Ja, ich bin voll weit zurückgespawnt. Hans Dieter ist hinter dir. Ich persönlich. Sehr frisch. Sehr frisch. Haha, frisch vom Ritzenfels. Vom Gärkenfeld, Mann. Vom frischen Fels. Ab, der Auto ab. Wie weit Scharki vorne ist, Mann. Wie weit ich hinten bin. Muss ich irgendwas drücken? Ja, Scharki ist echt voll weit vorne. Gas geben musst du. Hahaha. Ja, so lustig war es gar nicht. Das ist logisch, dass mein RT drücken muss. Ja, Kappa hat mich aufgeholt. Nom nom nom. Äh, geht gar nicht. Geht ja wohl. Da kommt er, da kommt er. Der, der frisch. Easy. Acht Euro. Zweiter. Alter. Du kannst den ganzen Tag rennen fahren. Du kriegst voll die Kohle. Seh ich gerade. Blöbel. Was hast du bekommen? Kappa, minus 100 Wetten. Hahaha. Ich hab 2700 bekommen. 2300. Siehst du doch. Ach so, siehst du noch nicht, weil du noch nicht drin bist. 2390. Minus 100. Gefällt mir. Ja. Und dafür hast du ja Wahlgeld bekommen gehabt. Oh shit. Jetzt machen wir das doch. Welches? Welches? Ja. In der Mitte. Mach mal zwei Wojagen oder was? Einer verdreckt und zwei jagen. Das ist ja, das ist ja, das ist ja. Das ist richtig knussfrisch Junge, das sag ich dir. Der Wojagt. Der Wojagt wird schon verloren. Wir machen zwei Jäger am besten. Ja, die Jäger haben gewonnen, sag ich dir jetzt schon. Ja, ich und der Kappa haben das bestimmt vorhin achtmal gespielt oder so. Und wir haben nirgeneinander gekriegt. Wir haben nirgeneinander abgestürzt. Wir haben nirgeneinander abgestürzt. Ihr frische. Also wer fährt weg? Top Fun. Ich fahr weg. Okay. Ich bin der Jäger. Wer noch? Wer noch? Nein. Wie kann man den Team auswählen? Ja, weil der Jäger steht, ich stehe jetzt hinter dir oder? Ja. Was muss ich auswählen? Hallo? Hallo? Ja, du musst Läufer. Läufer, na? Genau. Wie kann man den Team auswählen? Das geht gar nicht, oder? Ach so. Ach so läuft das. Wir machen zwei Jäger. Guck mal da drüben stehen die Jäger. Die Jäger. Die Jäger. Die Jäger. Die Jäger. Die Jäger. So Sharky, Alter. Jetzt wirst du destroyed. Welchen nimmst du? Kappa linken oder rechten? Ja, meinste? Boah, es ist auch noch dunkel. Ah, das sieht man glaube ich besser, oder? Ich nehme den linken. Ich nehme rechten. Wir rammen uns eh bestimmt selber, ey. Ach lol. Ihr F*** hier fliegt ja, ihr Huren-Szene. Ja, mit dem Chat. Nein. Und ich muss mit dem Motorrad fahren, Alter. Ja. Ja. Wiesi. Wiesi. Acht Kilometer, Alter. Boah, Baum, Baum, Baum. Boah, hückel, hückel, hückel. Brücke, Brücke. Boah, ich höre schon Jets. Vorne ist er. Boah. Vorne ist er. Wo denn? Der rücklägt doch. Verfolgen die Dinger mich eigentlich, oder? Ja, ja. Boah, ich hab ihn fast. Das ist auch schlecht, wenn die Dinger mich verfolgen. Ich bin tot. Wo ist der? Ich hab einen Flügel verloren, Alter. Nein. Ich hab nur noch einen Flügel. Ich hab nur noch einen Flügel, Mann. Carpa down, Carpa down. Achso, ich flieg gerade Carpa hinterher. Da muss ich ja schalke. Ich bin tot, ich bin tot. Scheiße. Ich hab auch selbst mal mit dem Gang. Audi. Ja, ja. Ja, ja. Hast du noch ein Leben, oder bist du... Ah, okay. Ne. Boah. Fuck, Alter. Ja, ja, ja. Wieder aufsteigen. Ich hab vorhin den Crash gebaut, Alter. Ja, der Start ist mega schwer, dich zu kriegen. Ja, ich muss meine Lichter aus der alten Tarnung. Hört Schief am Zugucken. Breaking News. Der Verdächtige wurde kriminell, damit es Straßen am N7 schief identifiziert. Degen, wo ist er da, Alter? Degen, wo ist er da, Alter? Wo ist der Chief? Nein, ich hab wieder die falsche Taste gedrückt! Ey, Mann, ich drück immer Waffe wechseln, ey. Schrei weg hier, schrei weg hier. In Tunnel rein. Ja, ja, ich hol dich schon, keine Angst. Nein, hol dich. Uua. Uua. Da ist er! Da ist was geplatzt, da ist was geplatzt! Jetzt fliege ich hier durch die Großstadt oder was? Wo bist du, Alter? Ich weiß dich nicht mehr. Ich fliege hier rum. Sieht der mich eigentlich auf dem Radar oder so? Ich gebe ihn! Vorstell wieder Licht ausschalten! Da vorne fliegt der frisch! Abdrehen, abdrehen! Hey, wo ist er? Oh, ich glaube das war's. Da war er! Er fliegt, ey! Ich seh den immer nicht! Nein! Schnell weg hier, schnell weg hier! Boah! Mann, ey! Fährt er rum? Mamma mia! Nämlich mal die andere Gniste! Oh, jetzt geht's ab! Boah! Boah! Wo ist der? Wo ist der? Wie er fliegt, Alter! Wo ist denn der? Boah, das geht mit dem Auto, Alter! Boah! Boah, ich hab's doch geschafft! Boah! Hey Chief, das war knapp! Ebelst! Ja, ebel! Ja, ich hab's voll gesehen, Alter! Ich war grad davor! Jetzt wollte ich eigentlich in die Luft sprengen, Alter! Mit meiner Explosion! Zum Glück bin ich noch weggefahren, ey! Mich hat's auf die Frese gelesen! Lass mich mal wegfahren, Alter! Lass mich mal wegfahren, Alter! Und ihr... Ihr verfolgt mich! Ich habe einen Flügel verloren, fliegt da vorne voll rum! Hast du das gesehen, ne? Ja, ja, also ein bisschen so... Ich bin dir voll hinterher geflogen, dabei muss ich nicht auf Sharky! Hey, warte, was ist ein Abflug? Warte! Ja! Ich bin jetzt im Flugverzimmer, stehen im Reit für alle fünf Menschen weg über die Rampse! Ach so! Sie rennen! Über den Wolken! Wo die Freiheit nicht schien lief... Ich schiebe den Kater schmieden! Mit einem Flügel umher! Hattest du tief jetzt von der, 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 der Läufer? Ja! der schläufer der schläufer radio gaga jäger bereit zum spielen so mal gucken ob das fahrende schwein erledigt ihr alten fritze sieht man den auf dem radar? ne immer nur wenn du den siehst also wenn du nah dran bist dann kannst du ihn dann anvisieren mit deiner rocket aber rocket sind glaube ich voll falsch alter die sind glaube ich nicht gut welches bike nehme ich? im linken ja wie langsam der aufs flugzeug klettert jetzt bin ich erst mal vorkommt jetzt habe ich gedacht ich kann da unten durchfahren auf geht's kappa auf geht's jetzt bin ich die brücke runter und habe einen anderen weg gekriegt jetzt fahre ich bestimmt mega den umweg ich schalte mein licht aus ja Anna, möchtest du gerne wissen hab ich jetzt aus ich warf eigentlich nicht die rute wie vorhin ne das leben wir ich warf eigentlich nicht die rute wie viel kohle kriegst du jetzt alter? eine milliarde 1.000 wie ich denn dran steh mit meinem Alter das ist Sharky immer lächst du dich aber nicht wie man kann ich bin der Lockschonzen